Schauen wir doch mal hier rein! Activision! Deep in the Mayan jungle. The legendary temple of... ...Iglos. Dad, check it out! Dad? Pitfall! The major adventure! Und heiiiiiidi home! Der Papa hier! Ja, ähm... Wir lesen schon erstmal die Info. Was steht denn da? Das sind unsere Webben. Exploding Stone, Boomerang, ah, noch mal zurück. Na. Schauen wir uns die Optionen an. Hard und Normal, okay, Sound, Stereo. Äh, pfff, lass ich einfach mal so. Jo. So, dann würde ich mal sagen, wenn ich nicht mehr auf meinem Kopfhörerkabel sitze, let's start the game. Caber oder Saber Jungle? Saber, Saber, nein. Oh. Ah, das ist schon mal gut. Ich kann, ich kann also schon mal schlagen ohne... Ach, da kann ich mir nicht drunter langlaufen. Jetzt habe ich nur noch einen. Jetzt habe ich nur noch einen. Ich will da oben dran. Okay. Kann ich das bitte noch? Ich will da unten. Ich will da unten. Ich will da unten. Wenn du da unten stehst, dann ist er echt gut. Ich hab hier alles reingepackt. Das Mitte gegen die Wand laufen find ich gut. Ich denk mal, wenn das Loch groß ist, sollte ich da nicht. Und komm nochmal. BOOM! Das ist so schön. Ich kann hier sogar hochklettern. Guck! Ähm, okay. Dann ... Hätte ich mich vielleicht auch festhalten dürfen. Hier habe ich mich festgehalten. Okay. Warum hier nicht? Und ich weiß auch gar nicht, wie. Aber ich denke mal, ich habe eine Energieanzeige. Ich bin mir da aber auch gerade nicht sicher. Ich glaube, ich würde diesen Sturz aus der Höhe nicht so einfach verkraften. So. Mal gucken, wie lange ich noch brauche. Hey, ich bin reingekommen. Das sieht auch mal wieder geil aus. Oh, das sind die Stacheln. Aber Geld. Geld ist schön. Ach, das sind keine Stacheln-Stacheln. Joa. Hm. Okay. Habe ich volles Verstecknis für. Okay, nach oben geht es nicht weiter. Und irgendwie sieht das für mich aus wie... Wie ein Herz. Aber was es genau bringt... Ich habe... Keine Ahnung. Geh mal kurz. Nee. Okay. Du schickst mich auch hier lang. Hm. Hm. Ich will zurück. Da war ein Ring. Interessant. Okay, so werde ich dann aber auch gleich mal an diesen Ringen hier kommen. Jo. Und der Ring. Oh. Irgendein Schatz. Werde ich dem schon geben. Ah, noch nicht ganz. Huch, wo stehe ich denn hier? Oh, ich hätte da vielleicht sogar noch dran kommen können. Egal. Starte ich wieder von ganz von... ...Ruten. Wuch, 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 wuch. Das sieht mir aus, als ob da Stachel sind. Und da ist doch natürlich schon wieder so ein... ...nettes Tau. Oh, das waren jetzt Stacheln. Und da ist ja... ...Wuch, wuch, wuch, wuch. Okay, dann daimle ich die Münze grad bei dir an. Wow. Wow. Oh cool Die Anni-Aktion Wow Dio